Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Und schon wieder heißt es herzlich willkommen auf dem Gleichsatzkanal zur Folge Nummer 11. Der Kategorienbesprechung mit dem Hashtag Objektivität. Es geht los, wie angekündigt, mit der Nummer 318. Die da lautet, ein Zeuge, ein berühmter Zeuge namens Immanuel Kant, Fürsprecher der Objektivitätsabteilung, kann man nicht direkt sagen, gespaltenes Verhältnis, viele Widersprüche, Bibelsyndrom, sage ich nur. Alles drin. Gut, das Dasein ist kein Prädikat von irgendeinem Dinge. Es ist ein Prädikat von dem Gedanken, den man von dem Dinge hat. Das Dasein, das war die Sprache des 18. Jahrhunderts in Deutschland. Fehlt nicht viel zur Übersetzung. Es ist ganz einfach. Das Dasein ist kein Prädikat von irgendeinem Ding. Es ist ein Prädikat vom Gedanken, den man vom Ding hat. In der letzten Folge hatten wir das Beispiel vom Schwein, an das gedacht wird, dass sich aber nicht de facto im Kopf eines Menschen befindet. Da unmöglich, weil Kopf klein, Schwein groß. Was soll uns dieser Spruch sagen? Das Sein, die Existenz, das Dasein, das hier jetzt irgendein Gegenstand. Gegenwärtig ist keine Eigenschaft dieses Dings, dieses Dasein. Und ergo heißt das, dass ein Dasein aus einer Beziehung entsteht, entstanden ist, und zwar aus der Beziehung auf ein Subjekt, sprich, das Dasein ist subjektabhängig. Dem kann ich jetzt nicht so in vollem Umfang zustimmen, denn es ist entscheidend, was ich unter diesem Dasein verstehe und auch von irgendeinem Ding. Es ist wohl nicht zu bestreiten, dass so ein Ding, ich nenne das mal Ding, aber eigentlich ist es ein Irgendetwas, das erst geformt werden muss und die Bedingungen, die Voraussetzungen, die so eine Formung logischer, logischer, notwendigerweise mitbringt, ist auch erst noch zu klären. Jedenfalls würde ich, der Punkt ist der, dass dieses Dasein eben nicht, dieses Ding nicht erkennbar ist in einem objektiven Sinn, das ist unmöglich, jedenfalls nicht, wenn man Wert legt auf logische Widerspruchsfreiheit. Es ist zwar irgendetwas existiert und ist vorhanden, auch ohne, ohne dass jetzt auf diesem Planeten irgendwelche Menschen existieren würden, unabhängig also von der menschlichen Existenz oder einem menschlichen Bewusstsein. Aber um was es sich da handelt, das bleibt, diese Erscheinung bleibt ein Phänomen an sich in der objektiven Betrachtung. Also in einer Betrachtung, die nicht abhängig ist von einem speziellen Bewusstsein, was immer das sein soll, das kann eigentlich nur eine gedankliche Konstruktion sein, eben wie ein Ding an sich und der Gestalt auch nicht erkennbar. Existenz ist also eine gedankliche Konstruktion unter Bedingungen. Dann geht es hier weiter zur nächsten Nummer, 321. Gegenstand und Denken sind eine unlösliche Relation. Gehabt haben wir Gegenstand und Objektivität als unlösliche Relation. Gegenstand und Erkenntnis als unlösliche Relation. Und jetzt ein gewisser Bruno Bauch, ein deutscher Philosoph mit NS-Vergangenheit. Ich kann jetzt nicht sagen, wie tief diese Verstrickung war. Jedenfalls hat es da keine Distanzierungen gegeben. Der gute Mann hat weiter seinen Lehrstuhl eingenommen, soweit ich weiß. Aber dieses Zitat erfüllt seine Wirkung in der Verbindung mit den eben genannten. Und festzuhalten ist eben die Wichtigkeit des Gegenstands für Denken, Objektivität, Erkenntnis, Wissen und Wahrheit, wie auch immer. Und mit dem Gegenstand eben das Problem, die subjektive, sinnliche Empfindung, Wahrnehmung, wie immer man dazu sagen will, in eine Erkenntnis, in eine sprachliche Form, in einen Gegenstand, in einen Bewusstseinshandfesten, ein handfestes Ding zu verwandeln, das dann als solches für weitere Ableitungen und Spekulationen, was so alles getrieben wird, dann gebraucht werden kann, ist notiert. Hier haben wir schon wieder den Gegenstand, vorsortiert, wieder volle Arbeit geleistet. Die Beziehung, Nummer 325, die Beziehung auf einen Gegenstand ist der gemeinsame Zug alles Psychischen. Bewusstsein ist, war glaube ich auch schon mal Gegenstand einer Folge. Bewusstsein ist immer Bewusstsein von etwas. Bewusstsein und Gegenstand, da haben wir dann nochmal eine Erweiterung dieser Erkenntnis, sage ich mal, auch im Psychischen, in Bezug auf das Bewusstsein ist der Gegenstand eine unlösliche Relation. Bewusstsein ist immer Bewusstsein. Bewusstsein auf einen Gegenstand gerichtet, das ein Bewusstsein, das eines Gegenstandes entbehrt, ist nur eine leere, abstrakte Worthülse ohne Bedeutung. Bewusstsein weiß man gar nicht, was man sich darunter vorstellen soll, Bewusstsein ohne Bewusstsein von. Und hier haben wir den Gegenstand auch im Psychischen, das heißt, eine Wissenschaft des Psychischen Menschen, kann auch nicht umhin eben Gegenstände als einen Gegenstand der Erkenntnis zu formulieren. Und diesbezüglich sind dann alle diese Begriffe aus der Psychologie auf ihre Gegenständlichkeit hin zu überprüfen. Beziehungsweise wie eben dieser Begriff, wie die Verdinglichung, die Gegenstandsbildung zustande kommt. Und da gibt es keinen anderen Grund, wenn man seine Begrifflichkeit nicht aus sich aus den Fingern saugen will oder aus den Wolken da niedersinken soll, dann braucht es einen triftigen Grund für diese Begriffe und der kann nur in einem Zweck liegen. Und wenn es der Zweck ist, dass sich eben Begriffe gegenseitig definieren, der Umfang irgendeines Begriffs festgelegt wird, um möglichst widerspruchslos die Erscheinungen oder die Phänomene, und die Rätsel, die uns eine Psyche aufgeben kann, zu näher zu beleuchten. Dann ein etwas größerer Absatz, verfasst von einem Richard Hönigswald, einer der, glaube ich, seine ganze Karriere als außerordentlicher Dozent zugebracht hat und es nie auf einen ordentlichen Lehrstuhl geschafft hat. Die Nummer 334 in der Kategorien-Sammlung von Gleichsatz.de lautet wie folgt. Der Objektgedanke selbst, wenn er in seiner Reinheit und universellen Bedeutung erfasst wird, gibt zugleich den besonderen Methoden sein Material. Er konstituiert Kraft seiner logischen Valenz, den Wert, genauso nur im Rahmen eines anderen Bezugssystems, wie er die Wirklichkeit konstituiert. Er beherrscht die Geschichte so gut wie die Naturforschung und überbrückt auf diese Weise die spezifischen Methoden, ohne sie aufzuheben. Also hier nochmal eine Hervorhebung der Bedeutung des Objektgedankens für die Einzeldisziplinen. Aber noch ein anderer wichtiger Punkt, dass eben man am Objekt, an der Handhabung des Objektgedankens, die besonderen Methoden der einzelnen Wissenschaften ausfindig machen kann. Also wie der Gegenstand einer Wissenschaft zustande kommt, darin lässt sich zugleich die Methode dieser Wissenschaft ablesen sozusagen. Und mehr brauchen wir jetzt in diesem Punkt nicht zu besprechen. Die Nummer 336, die Theorie des Urteils ist die Theorie des Objektgedankens. Jetzt haben wir noch einen weiteren Faktor, der in einer unlöslichen Relation steht zum Objektgedanken. Als da wäre, ich muss das vielleicht nur oft genug wiederholen. Ich hoffe keinen Punkt auszulassen. Also zuerst einmal ist der Objektgedanke von grundsätzlicher Bedeutung für das Problem der Objektivität. Dann des Erkennens, des Wissens, der Logik, der Methode, in Bezug auf das Bewusstsein, das Denken, das müsste im Grunde genommen schon reichen, um die Bedeutung des Objekts und damit auch der Objektivität ins rechte Licht zu rücken. Was mit dieser Besprechung alles, welche Themenbereiche hier berührt werden, die alle der Klärung bedürfen und dann je nachdem zu einer völlig anderen Auffassung von Denken, Methodologie, Urteilslehre, Erkenntnis und so weiter führen, wenn eben die Erkenntnis an sich als unbewiesene Behauptung bloßgelegt werden kann. Die Nummer 337 kommt wieder von Hönigswald. Nur im Hinblick auf den Objektgedanken kann von einem Dasein der Wirklichkeit gesprochen werden, die Wirklichkeit jetzt noch mit rein zu nehmen, das muss jetzt nicht unbedingt sein, Objektivität und Wirklichkeit, allgemeingültige Wirklichkeit, die damit gemeint ist, das ist im Grunde genommen ein, hat den gleichen, denselben Bedeutungsumfang im Grunde genommen. Dann schreiten wir weiter. Hier hat es einige Ausschlachtungen gegeben, Erkenntnistheorie und Logik im Neukantianismus in Bezug auf die Objektivität. Da fällt mir bei der Gelegenheit jetzt, ich habe in einer früheren Folge schon mal in meinem Hinterstübchen danach gesucht, dieses Zitat von, nicht Leonard, sondern Hermann Cohen, einer der führenden zwei Köpfe neben Paul Natorb, der mathematischen Richtung der Neukantianer. Und zwar war der Spruch von Cohen, er lautet so, das Gegebene ist das Gesuchte. Und im Lichtkreis dieser Behauptung sind jetzt auch solche Objektformulierungen zu sehen. Also die Nummer 338, der Objektgedanke ist nicht der Gedanke von einem Ding, wenngleich jedes Ding durch ihn konstituiert wird. Er ist der Gedanke von einer allgemeinsten Beziehung, der jede andere in einem ganz bestimmten Umfang unterworfen ist. Er ist der Gedanke von einem formalen Geltungsprinzip, das als höchste Bedingung jene Systeme von Beziehungen beherrscht, die man Wissenschaft und Wirklichkeit nennt. Denn beide wollen objektiv sein und beide sind es nur Kraft eines formalen Geltungsprinzips. Also es wird hier ein Geltungsprinzip versucht und dass solche Behauptungen bedürfen der gründlichsten Prüfung. Festzustellen ist die Differenzierung von Gegenstand und Ding. Das spielt jetzt aber keine größere Bedeutung in unserem Zusammenhang. Der Gedanke von einer allgemeinsten Beziehung und das eben nur insofern es sich bei diesem Objekt um ein Ding an sich handelt. Dann könnte man eben von einer allgemeinsten Beziehung, der jede andere in einem ganzen und so weiter bestimmten Umfang unterworfen ist. Aber eben dieses Ding an sich entzieht sich dem menschlichen Erkenntnisvermögen. Und deswegen ist dieses formale Geltungsprinzip eben eher, da ist eben der Wunsch eher der Wunsch Vater des Gedankens, von der sich dann alle möglichen Folgerungen ableiten lassen, ohne dass jetzt irgendjemand da eine eigene Meinung geltend machen kann. Diesem allgemeinen Geltungsprinzip hat jeder im Grunde genommen notwendigerweise und gezwungenermaßen Folge zu leisten. Das ist der Zweckgedanke, der hinter dem Ganzen steht. Mit dessen Unterstützung oder überhaupt alle höheren allgemeingültigen Ordnungen lassen sich dann darauf zurückführen. Und dann lässt sich auch von einer höheren Vernunft, Logik und Rationalität sprechen, die im Grunde genommen als Autorität fungiert, wo sich dann jeder Einzelne gegenüber ziemlich klein vorkommt und im Grunde genommen da keinen Einfluss hat. Er kann da nur dann hobbymäßig sein Senf dazugeben, aber das ist nur Stammtischgeplauder. Aber es hat keine größere Bedeutung von dem, was ein Einzelner da meint und für richtig hält. Da gibt es keine logische Verbindung zu dem, was jetzt da irgendwelche Regierungen an Begründungen liefern. Der Widerspruch ist nur als einzelne Stimme in einem Meer von anderen Stimmen, die alle gleich bedeutend sind. Aber es kann nicht der Fall sein, dass eben auf logischem Gebiet da eine Richtungsänderung gefordert wird, weil eben irgendwelche logischen Gebilde und Systeme und Theorien einfach widersprüchlich sind. Das findet nicht statt. Aber davon abgesehen ist hier ein längerer Absatz genau der Im Grunde genommen dasselbe Problem das in einer früheren Folge, ich weiß nicht, sieben oder acht muss das gewesen sein oder noch später, wo es da um die Bedeutung eines Anzugs ging, scheint mir hier, ist das Ganze hier nochmal am Beispiel eines Tisches durchexerziert. Ich denke mal, da erübrigt sich auch jeder weitere Kommentar. Ich werde jetzt dieses Zitat aus einem Buch von Max Planck vom Wesen der Willensfreiheit dennoch in einem Stück vorlesen, damit die Podcaster da auch zu ihrem Vermögen kommen. Das da lautet, wenn wir von einem Gegenstand sprechen, zum Beispiel von einem Tisch, so meinen wir etwas, was verschieden ist vom Inhalt der Beobachtungen, die wir an dem Tisch machen. Wir können den Tisch sehen, wir können ihn betasten, wir spüren seine Festigkeit, seine Härte, wir empfinden ein Schmerzgefühl, wenn wir uns an ihm stoßen und so weiter. Aber von einem Ding, was außer oder hinter all diesen Sinnesempfindungen ein selbstständiges Dasein führt, wissen wir nichts. Daher ist im Lichte des Positivismus, muss es heißen, der Tisch nichts anderes als ein Komplex derjenigen Sinnesempfindungen, die wir mit dem Tisch verbinden, nehmen wir alle Sinnesempfindungen fort, so bleibt schlechterdings nichts übrig. Wie das eben mit dem Ding bei Kant schon der Fall ist, wenn alle diese Eigenschaften weggenommen werden. Wobei dann immer noch vorausgesetzt wird, dass Dinge eben für sich Eigenschaften haben können, was ich aber bestreite. Sie können schon irgendetwas haben, aber das entzieht sich dann dem menschlichen Erkenntnisvermögen. Was das in Wirklichkeit und an sich ist, das lässt sich nicht sagen, weil es eben vom Sinnesapparat oder eben vom Instrument, das benutzt wird. Und da mag es alle möglichen Instrumente noch geben, die noch nicht entdeckt sind, die dann ein völlig anderes Bild dieser Wirklichkeit ergeben. Also handelt es sich bei irgendwelchen Feststellungen immer nur um praktische, weil man eben jetzt unter diesen gegebenen Umständen davon ausgeht, von diesem oder jenem, aber auch nur um damit einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Entweder um irgendjemandem etwas zu erklären, damit den Anschein zu erwecken, als würde man etwas wissen. Oder eben es eignet sich irgendetwas zur Vermarktung, zur Produktion von was weiß ich. Also es ist auf alle Fälle immer irgendein Zweck damit verbunden. Und niemals geht es um irgendetwas an sich, was eben der Objektivismus als Absolutismus heißt. Aber ich bin mit meiner Vorlesung noch gar nicht am Ende, die wir mit dem Wort Tisch verbinden, nehmen wir alle Sinnsempfindungen vor, so bleibt schlechterdings nichts übrig. Die Frage, was ein Tisch in Wirklichkeit, also an sich ist, hat gar keinen Sinn. Und so geht es mit allen physikalischen Begriffen überhaupt. Die ganze uns umgebende Welt ist nichts anderes als der Inbegriff der Erlebnisse, die wir von ihr haben. Ohne dieselben hat die Umwelt keine Bedeutung. Zitat Ende. Also zweifelhaft wäre jetzt hier nochmal der Inbegriff der Erlebnisse, was auch immer das sein soll. Der Erlebnisbegriff ist mir sowieso suspekt als psychologische Erfindung. Da bin ich zu sehr Sprachkritiker, um auf solche Wortschöpfungen oder Umetikettierungen aus dem üblichen Sprachgebrauch da hereinzufallen. Da bin ich. Und schon geht es weiter zur nächsten Nummer. Ein Blick auf meinen Perpetitel sagt mir, dass wir schon wieder am Ende sind, so gut wie. Aber die Nummer nehmen wir noch mit, 354. Dann markiere ich schon mal die 362 für nächste Woche, beziehungsweise für die nächste Aufzeichnung. Folge 12. Der reine Inhalt ist frei von der Form der Gegenständlichkeit zu denken. Und das ist die Frage dann, wie so ein reiner Inhalt überhaupt zu denken ist, wenn, wie wir bereits gelernt haben, sage ich jetzt mal, das Denken in einer unauflöslichen Relation zur Gegenständlichkeit steht. Wie dann so ein reiner Inhalt ohne Gegenständlichkeit oder Form der Gegenständlichkeit zu denken ist. Mit diesem Rätsel will ich euch dann zurücklassen. Wer das Rätsel lösen kann, darf gratis an der nächsten Folge teilnehmen. Und das war's. Peace und out. Mohammed Ach, denn Vielen Dank.